so machen wir das hier ja auf jeden fall ich hab jetzt noch übelst viel verloren in den ganzen runden wenn immer noch eisen vier mal wieder ich hab jetzt noch ein paar mal wieder Wie kriege ich das? Was ist hier weg? Das triggert mich hier. Übelst. Also hier könnt ihr ja sehen, Solo-Duo immer wieder Eisenvier. Das kriegt immer so schlechte Mitspieler im Team. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Auf jeden Fall, ich war heute schon wählen. Ich bin ja für Team Blau. Bin auch heute mit dieser Holi-Flasche zum Wehen gegangen. Um zu zeigen, ich wähle Blau. Dann bin ich nämlich so richtig kurse mit der Flasche so gelaufen. Okay. 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 Barsch Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja getroffen und ich muss weg und ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Wir fassen das. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, da kommt es. Und jetzt kommen wir mal wieder an. ich habe immer noch mehr also keine attacke mehr so mann schon aber die attacke nicht aber ich konnte ihn auf jeden fall fest sollten immerhin ja exakt wird wieder genauso bescheiden wie davor in die schlacht mit glühendem herzen und die schlacht mit glühendem herzen und die schlacht mit glühendem herzen ich sehr hilfreich so ich sehr hilfreich so ich aber noch ganz knapp wir schaffen das nicht ich 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 kann es alleine unten machen Und dann... Alter, die geben sich hier gar keine Mühe. Wo sind die hier alle? Die rennt da so sinnlos rum. Hier ist der Kampf. Okay. 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 Alter, mach doch mal was hier. Ich sag ja, so eine Noob-Mitspieler hier braucht kein Mensch. Alleine kämpfe ich bestimmt nicht. Okay. 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 ich treffe mich ja nicht mehr an ich bleibe hier unten sonst alle jene hier spielen gehen wir runter von der lehrtaste ja So, hier oben ist der Gegner. Ihr müsst weitermachen, Leute. Ich hoffe, ich habe eine Katze. Der ist auf jeden Fall hinter mir. Ich habe ja gar kein Mana mehr, aber einmal kann ich noch. Coole Sache. Dann habe ich wieder null Punkte. Dann habe ich wieder. Dann habe ich wieder. Ich sehe nicht mehr durch. 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 ich zeige es euch und zwar gibt es so genau so quasi und hat blumenkohl so heißt es und du brauchst hat ein blumenkohl also normalen blumenkohl den musst du halt kochen zehn minuten da musst du halt den inhalt mit wasser vermischen und käse auch dazugeben alles schön vermischen und käse schmelzen und den voila und das ding hat irgendwie gemüse querbeet ich bin gespannt wie es schmeckt ich hab mal voll bock so was mal auszuprobieren und ich habe mir sogar zwei davon geholt für nächste woche darauf war ich voll bock das sollte mich ein bisschen aufmutter für die ganzen verlorenen runden wenn ich dann hätte nicht erst mal ein holen nächste woche bestellt man wieder drei sorten bin gespannt welche ich habe ja schon ich bin nicht gespannt ich weiß da welche wahrscheinlich noch drei eistees ich finde die eistees von holi die schmecken wie die aus dem lahm also eigentlich ganz gut habe ich nicht beklagen platausend männern w China w 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 In der Welt gibt es die Muster. In der Welt gibt es die Muster. Und jetzt zeige ich noch eine, also für alle Mädels da draußen, ich habe so eine Maske von Hello Body, für das Gesicht, die ist so eine Art Tonerde mit Rosé, die ist super. Also ich habe mir auch schon zwei nachgeholt, weil die waren im Adventskerne drin, so zum Antesten und ich fand sie super. Und die kostet ungefähr so 14, 15 Euro, gibt es online, aber auch bei Müller. Und die ist gut, also danach fühlt sich meine Haut super gut an. Dann gibt es die auch noch mit Kokos oder so, aber ich bevorzuge das Rosé oder die rote Variante. Dann gibt es das. Dann brauchen wir das. Okay. 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 Tja, 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 Tja Okay. 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 Ich mag ja hier noch einer helfen, aber irgendwie kommt ja keiner. Ja. Okay. 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 them Okay. Ja jetzt hier! Unsere neue Ziele, die noch zu bringen. Ich habe keine Dunkel geheim. Ich habe keine Dunkel geheim. Okay. Die überlegenen Taktik ist niemals aufzulegen. 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 Ich habe erst Beef gelesen, so Beef wie Fleisch. Die überlegenen Taktik ist niemals aufzulegen. Die überlegenen Taktik ist niemals aufzulegen. Ah, das ist ein Mitspieler. Oh, ich bin so sorry. 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 Ich bin so sorry. Oh, ich bin so sorry. Oh, ich bin so sorry. und weder mal das glück ich weiß keiner rein und so definitiv ich bin auch nicht gestorben diese runde die überlegene Taktik ist, niemals aufzugeben Stimme! Ja! Erwescht! Wir schaffen es! Bleib stand! In die Schlacht mit glühendem Herzen! Erplanung! Stimme! Die Schlacht! Stimme! Schausp Wir schaffen das. 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 Wir schaffen das.